Jetzt haben wir ja doch schon einiges besprochen zum Thema NP als Komplexitätsklasse, die besonders wichtig ist in der Praxis. Wir sind losgegangen von unserem SAT-Problem, das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik, bei dem wir festgestellt haben, dass es ziemlich schwierig ist. Exponentiell fehlt Zeit benötigt in allen Algorithmen, die ich Ihnen gezeigt hatte, zumindest in den schlimmen Fällen. Wir haben dann gefragt, welcher Sprachklasse dieses Problem angehört und haben festgestellt, dass es ein typisches Problem für die Sprachklasse NP ist. Es ist ein NP-vollständiges Problem. Das zu sehen und das zu erklären war einigermaßen aufwendig. Man musste erst erklären, wie man Probleme aufeinander reduziert und dann definieren, dass die schwersten, die anspruchsvollsten Probleme in NP designen sollten, auf die man alle anderen Probleme in NP zurückführen kann. Das ist doch eigentlich eine ziemlich indirekte Art und Weise, über die Schwierigkeit, die Schwere von Problemen zu sprechen. Wäre es nicht viel einfacher, wenn man feststellen könnte, dieses Problem braucht exponentiell viel Zeit, dieses andere Problem braucht ebenfalls exponentiell viel Zeit, dieses Problem wiederum kann vielleicht in quadratischer Zeit gelöst werden. Klar, es gibt viele Probleme, tausende, die NP-vollständig sind, wie wir wissen, aber es wäre doch sehr viel effektiver und auch direkter und pragmatischer, wenn man einfach angeben könnte, was diese Probleme jeweils erfordern. Wollen wir das nicht einfach tun? Tja, wenn es so einfach wäre, dann hätten wir tatsächlich vieles uns sparen können. Das stellt sich aber heraus, diese Fragen, wie schwer das Problem wirklich ist, was also wirklich dazu gehört, ein NP-vollständiges Problem zu lösen, egal welches von denen, das ist offen. Das wissen wir nicht. Die tiefergehende Frage, die hinter all dem liegt, ist die berühmte Frage von P versus NP. Und darüber möchte ich heute noch ein bisschen sprechen in diesem kurzen Video. Es wird nicht sehr technisch, es geht eher um die wichtigen Ideen und ein bisschen um den aktuellen Erkenntnisstand. Und soll Ihnen ein Gefühl dafür geben, was diese schwerste, zumindest berühmteste aller Fragen in der Informatik eigentlich bedeutet und was an ihr hängt oder eben auch nicht an ihr hängt. Willkommen zurück, mein Name ist Markus Krütsch und dies sind weiterhin die Videos zum Thema formale Sprachen und Automaten in einer inzwischen recht langen Playlist, die Sie unten in den Kommentaren finden und in der Sie eine ganze Menge Themen verortet finden. Das ist jetzt der Abschluss dieser Playlist. Es gibt dann noch eine Zusammenfassung und dann haben wir alles geschafft. Okay, ich hatte schon gesagt, wir hatten uns beschäftigt mit NP und der NP-Schwere, die uns zur Vollständigkeit hingeführt hat. NP, das war eine Klasse von Sprachen, der eine Sprache immer dann angehört, wenn sie entweder von einem nicht-deterministischen Algorithmus polynomiell entschieden wird. Kurze Laufzeit, aber nicht-determinismus oder wenn sie polynomiell verifiziert werden kann. Das heißt, wir können sie zwar nicht in dem Sinne lösen, aber es gibt jeweils eine Lösung, die man in wenig Speicher angeben kann und die auch leicht zu prüfen ist. Beide diese Definitionen von NP sind äquivalent und relativ eingängig. Ich glaube, die schwierigere ist der nicht-deterministische Algorithmus, weil man da verstehen muss, was es eigentlich bedeutet für einen Algorithmus nicht-deterministisch zu sein. In der Praxis kennen wir das natürlich. Ein nicht-deterministischer Algorithmus ist einer, der mal dieses und mal jenes tut, aber so einfach ist es natürlich in der Theorie nicht. Die Frage ist vor allem, was bedeutet es für einen nicht-deterministischen Algorithmus, eine Eingabe zu akzeptieren. Das ist eben nicht einfach nur, dass er irgendetwas tut und dann akzeptiert er oder nicht, sondern das bedeutet, falls es überhaupt irgendeine Möglichkeit gibt für ihn, das Richtige zu tun, dann wird er diesen Weg finden. Und wenn es also möglich ist, auf einem Weg zu akzeptieren, dann akzeptiert dieser Algorithmus. Und das ist genau das Problem, dass es uns so schwer macht, das Ganze ohne Nicht-Determinismus effizient zu lösen, denn es gibt viele Möglichkeiten, sich zu entscheiden und alle zu prüfen. Nachdem wir wissen, was Sprachen in NP sind, haben wir gesagt, was NP-schwere ist. Das ist die Eigenschaft einer Sprache, dass alle anderen Probleme in NP oder alle Probleme in NP, sollte ich sagen, auf diese Sprache reduzierbar sind, und zwar polynomiell. Das heißt, wenn wir die Sprache, die NP-schwer ist, lösen, entscheiden können, dann haben wir mit polynomiellem Zusatzaufwand auch jede andere Sprache in NP entschieden. Und nun zu guter Letzt ist eine Sprache NP vollständig, wenn beides dieser Dinge auf sie zutrifft. Das ist in der Regel der interessantere Fall. Es gibt viele NP-schwere Sprachen, die nicht in NP liegen, die einfach noch schwerer sind und deshalb stark genug, um alle anderen Probleme auf sie zu reduzieren. Aber die sind in der Regel nicht die, für die wir uns interessieren. Wenn wir feststellen, dass etwas NP-schwer ist, dann möchten wir normalerweise auch, dass es in NP liegt. Ansonsten stellt sich die große Frage, ob es nicht auch vielleicht für eine schwierigere, größere Komplexitätsklasse schwer sein könnte in einem ähnlichen Sinne. Wenn wir ein Problem haben, bei dem wir nur wissen, es ist in PSPACE, aber nicht, dass es PSPACE schwer ist, dann ist da immer irgendwo eine Lücke und wir fragen uns, wie können wir die schließen, können wir es noch genauer bestimmen. Das heißt, in der Regel, wenn wir Probleme untersuchen, dann wollen wir ein Vollständigkeitsresultat, eben zum Beispiel, dass eine Sprache NP vollständig ist. Das heißt, dass sie besonders gut durch die Klasse NP beschrieben wird. Okay, das waren also diese Themen. Und ich möchte, bevor ich über P versus NP spreche, nochmal einen kleinen Abstecher machen in eine andere Art von Schwere, nur um Ihnen zu sagen, dass es die auch gibt, nämlich die P-Schwere. Das klingt erstmal etwas seltsam. Polynomiell ist ja das, was wir mit P verbinden. P-Time, die Klasse der polynomiell deterministisch lösbaren Probleme. Davon Schwere zu sprechen, scheint erstmal fragwürdig. Das sind doch eigentlich gerade die leichten Probleme. Aber man sieht, wie ich gleich nochmal erklären werde, dass auch da bestimmte Schwierigkeiten dranhängen, wenn ein Problem schwer ist. Ganz interessant ist P-Schwere deshalb, weil man hier ein bisschen aufpassen muss mit den Reduktionen. Wir haben ja gesagt, bei NP-Schwere ist es uns genug, wenn jedes andere Problem sich polynomiell auf das gegebene Problem zurückführen lässt. Also mit polynomiellem Aufwand kann ich diese Reduktion erzeugen. Das wäre für P-Schwere eine ziemlich ungeeignete Definition. Einfach deshalb, weil mit polynomiellem Aufwand können Sie jedes Problem in P ja direkt lösen. Wenn Sie polynomiellem Aufwand investieren, wissen Sie schon, ob Ja oder Nein rauskommen soll, dann können Sie es auch fast auf alles andere reduzieren. Sofern es die Antwort Ja und Nein gibt in Ihrer Zielsprache, können Sie die gleich wählen. Da ist also nichts mehr übrig. Eine Reduktion sollte, damit sie interessant ist als Problemlösungstechnik, natürlich immer einfacher zu berechnen sein, als das Problem selbst sich lösen lässt. Wenn wir also sagen wollen, alle Probleme in P lassen sich auf ein bestimmtes Reduzieren, dann sollte das nicht mithilfe von polynomiellen Algorithmen passieren, denn in diesem Aufwand können wir sie gleich lösen. Um das also zu umgehen, benutzt man in diesem Fall eine schwächere oder vermeintlich schwächere Reduktion, von der zumindest niemand bisher zeigen konnte, dass sie so stark ist wie P, nämlich eine Reduktion mit logarithmischem Speicherbedarf. Das ist genau das gleiche, wie wir mit Polynomienreduktion bisher gemacht haben, aber mit logarithmischem Speicher. Das heißt also, man spricht von Log, Space, Transducern für diese Übersetzungsalgorithmen. Auf diese Art kann man P schwerer definieren, der Rest ist genau wie bei NP. Man sagt also, alle Probleme in P sind auf dieses Problem reduzierbar, dann ist es eher P schwer, wobei nur die Art der Reduktion schwächer ist. Und P-Vollständigkeit heißt dann einfach, dass ein Problem P schwer ist und in P liegt. Das gibt es also auch, kann man auch machen, nicht nur mit schwierigeren Klassen wie P-Space oder X-Time kann man schwere und vollständige Probleme definieren. Das geht auch schon mit P. Was bringt uns das? Naja, es stellt sich heraus, auch P-schwere Probleme haben ihre Tücken. Sie sind nicht unbedingt ganz einfach zu lösen und darauf werde ich gleich noch kurz eingehen. Einerseits sind sie natürlich polynomiell lösbar, aber sie sind intuitiv gesprochen zumindest mit einer nicht ganz korrekten Intuition vielleicht die schwersten polynomiell lösbaren Probleme. Das heißt nicht unbedingt, dass sie die langsamsten Algorithmen erfordern, in dem Sinne, dass sie die größten Polynome erfordern. Das wäre ja gar nicht möglich. Es gibt also quadratisches, kubisches Laufzeitverhalten, hoch 4, hoch 5, hoch 6. Das hat keine obere Schranke, man kann immer höher gehen. Es ist also sicher nicht so, dass die P-schweren Probleme die maximale Laufzeit, also das größte Polynom von allen, erfordern. Es sind aber in gewisser Weise Probleme, die so allgemein so stark sind, dass sie, wenn man sie löst, eben alle anderen Polynom-Probleme auch damit gelöst werden können. Die wichtige Eigenschaft, die die P-schwere oder die P-Vollständigkeit hat, ist, dass man diese Probleme als inhärent seriell betrachtet. Das heißt, sie sind nicht gut parallelisierbar. Und das ist sehr interessant. Ich denke, das ist etwas, was alle InformatikerInnen wissen sollten, auch aus ihrer Grundausbildung, dass es sehr viele Probleme gibt. Also schon Probleme, die sehr weit unten liegen in unserer Komplexitätswelt, von denen man glaubt, nach allem, was wir wissen, dass sie nicht parallelisiert werden können. Was bedeutet das? Das bedeutet im Wesentlichen, dass man sie nicht beliebig beschleunigen kann, indem man beliebig viele Rechner auf sie ansetzt. Inherent seriell zu sein heißt, es gibt irgendeinen Teil des Problems, den man nur hintereinander lösen kann in einer Kette. Und selbst wenn ich tausend Rechner habe, warten die am Ende aller darauf, dass der nächste Schritt in dieser Kette berechnet wird. Und das ist ziemlich interessant, gerade in einer Zeit, in der insbesondere aus der Rechnerarchitektur und aus dem Bereich der Hardware uns auch von den Firmen natürlich, die Hardware herstellen, oft erzählt wird, dass Parallelisierung die neue Beschleunigung darstellt. Das heißt also, dass Moore's Law endet. Ja, wir können nicht mehr damit rechnen, dass Rechner immer höhere Taktfrequenzen erreichen. Es gibt dort physikalische Grenzen, die man noch nicht überwinden kann. Und stattdessen haben wir aber die Möglichkeit, immer mehr Kerne in ein System zu bauen. Das heißt, wir haben einfach doppelt so viele Prozessoren in unseren Laptops oder tausende von Verarbeitungseinheiten in unseren Grafikkarten. Und Programmierer müssen sich einfach umstellen. Man muss einfach lernen, wie man diese Ressourcen so verwendet, dass man die gleichen Geschwindigkeitsgewinne erzielt, wie das mit den klassischerweise ansteigenden Taktfrequenzen gelungen ist. Das ist Humbug. Das geht nicht. Also es gibt sehr viele Probleme, sehr viele algorithmische Probleme, von denen man keinerlei Vorstellung hat, wie man sie mit solcher großen Anzahl an Prozessoren schneller bewältigen soll. Das heißt nicht, dass man nicht irgendetwas tun kann. Also mit mehreren Prozessoren kann man immer einen Geschwindigkeitsgewinn erzielen. Aber es gibt Grenzen. Es ist nicht unbedingt ein beliebig verkleinernder Laufzeit. Also in dem Sinne, dass Sie sagen können, das Problem, was Sie bearbeiten können, kann tausendmal größer sein, wenn Sie nur tausendmal mehr Prozessoren darauf ansetzen. Das ist nicht der Fall. Und das muss man auch akzeptieren. Also auch da gibt es eine Grenze und da ist es eben so, dass parallele Rechnerarchitekturen uns in vielen Teilen der Informatik nicht so weiterhelfen, wie man vielleicht naiv glauben könnte. In dem Sinne, dass ein doppelt so schneller Prozessor am Ende durch eine doppelte Anzahl an Prozessoren mit gleichbleibender Geschwindigkeit ersetzt werden kann. Oder eine vierfache Anzahl oder zehnfache. Aber all das funktioniert so grundsätzlich nicht, zumindest nicht, soweit wir wissen. Bewiesen ist das bisher nicht. Das ist also noch offen, aber man geht davon aus. Sie sehen also, P-Schwere selbst hat schon eine bestimmte Schwierigkeit in sich. Und das ist eine Schwierigkeit, die nicht alle Probleme haben. Wenn Sie Matrizen multiplizieren wollen zum Beispiel, das ist kein P-schweres Problem. Und Matrizenmultiplikation können Sie auch wunderbar auf Grafikkarten parallelisieren. Aber andere Probleme sind P-Schwer. Was denn zum Beispiel? Haben wir irgendeines gesehen in der Vorlesung? Viele Probleme habe ich Ihnen ja gar nicht erklärt, außer für die Sprachen und ein bisschen aus der Logik. Aber schon in der Logik haben wir ein P-schweres Problem kennengelernt, nämlich die Erfüllbarkeit von Aussagenlogik, wenn wir uns auf Hornformeln beschränken. Sie erinnern sich, das waren einfach Formeln, bei denen es keine echten Entscheidungen zu treffen gibt. Also das heißt, es waren Formeln, die, wenn man sie in Konjunktive Normalformen übersetzt hat, nur noch Klauseln enthielten, die höchstens ein positives Literal haben. Das heißt, die im Prinzip Implikationen darstellen, bei denen aus einer bestimmten Menge von Vorbedingungen genau ein Ergebnis erfolgt. Also nicht eine Dissunktion von Möglichkeiten, wo man sagt, wenn das gilt, dann muss P oder Q wahr sein und wir wissen aber eben nicht was, sondern es war ganz deterministisch. Wenn all die Vorbedingungen erfüllt sind, dann folgt P und daraus kann dann wieder weiter was folgen. Und wir haben gesehen, das kann man gut polynomiell verarbeiten, da wird die Resolution polynomiell mit kleinen Änderungen und insofern ist das schon ziemlich viel effizienter. Aber es ist etwas, was man nicht so einfach parallelisieren kann. Das hat also offenbar grundsätzliche Grenzen. Okay, das wollte ich noch sagen zum Thema P-Schwere und auch ein bisschen zum Thema Polynomialität. Wenn ich P versus NP bespreche, sollte man sich auch klar sein, dass P nicht automatisch beliebig leicht heißt, sondern auch in P stecken bestimmte Schwierigkeiten drin, wenn wir typische Probleme dort haben. Okay, jetzt also zu P versus NP. Klar ist, P ist eine Unterklasse von NP. Alle Sprachen, die man in Polynomialzeit deterministisch entscheiden kann, kann man auch nicht deterministisch entscheiden. Man muss ja keine nicht deterministischen Entscheidungen verwenden, wenn man sie nicht braucht. Deterministische Turing-Maschinen sind einfach spezielle nicht deterministische. Damit ist das klar. Jeder Algorithmus, der hier reinfällt, ist auch automatisch per Definition einer, der hier reinfällt. Diese Richtung ist also offensichtlich. Bis heute ist allerdings nicht bekannt, ob die Umkehrung dieser Inklusion gilt oder nicht. Also ist es auch wahr, dass jeder nicht deterministisch-polynomierde Algorithmus in deterministisch-polynomierer Zeit abgearbeitet werden kann. Ich habe hier ein Sternchen, was heute bedeutet. Kann sich jederzeit ändern. Das wird immer noch erforscht. Es gibt Hoffnungen, dass wir das irgendwann mal herausfinden. Was bedeutet das überhaupt, diese Frage? Intuitiv könnte man sagen, wenn es einfach ist, eine mögliche Lösung für ein Problem zu prüfen, ist es dann auch einfach, eine zu finden. Sie wissen, für NP-Probleme ist es in deterministischer Polynomierer Zeit möglich, zu prüfen, ob die gegebene Lösung stimmt. Das heißt, wenn Sie es einmal haben, sehen Sie sofort, dass es richtig ist. Und die Schwierigkeit besteht aber darin, die richtige Lösung aus den vielen Möglichkeiten zu finden. NP-Probleme sind immer Suchprobleme. Sie haben einen riesigen Suchraum von Möglichkeiten und Sie versuchen, die richtige Lösung zu entdecken. Und auch wenn Sie in der Praxis versuchen, das zu implementieren, also wenn Sie sich mal damit beschäftigen sollten, wie Sie ein NP-Problem effizient umsetzen können, wollen vielleicht kein fertiges Programm aus der Logikwelt zum Beispiel einsetzen, sondern möchten das irgendwie direkt machen, dann müssten auch Sie sich überlegen, wie lösen Sie dieses Suchproblem systematisch durch alle Möglichkeiten durchgehen. Das dauert viel zu lang. Da brauchen Sie länger, als die Sonne brennt in unserem Sonnensystem. Das heißt, Sie müssten schon irgendetwas Schlaues tun, um den Suchraum zu verkleinern. Und tatsächlich alle Algorithmen, die NP-Probleme angehen, haben ausgeklügelte Methoden, um Teile des Suchraums, also große Teile, komplett abzuschneiden, während Sie suchen. Das heißt, mal auf die Logik bezogen, Sie könnten also von diesen exponentiell vielen möglichen Wahrheitswertzuweisungen eine betrachten und dann aber, weil Sie herausfinden, dass die nicht eine erfüllende Belegung darstellt, durch Analyse vielleicht der Formel gleich erkennen, dass es auch eine ganze Reihe anderer Belegungen gibt, die Sie gar nicht mehr betrachten müssen. Dass es vielleicht schon reicht, wenn eine bestimmte Variable einen bestimmten Wert annimmt und schon dadurch die Nichterfüllung folgt, dann können Sie auf einen Schlag eine ganz große Menge an denkbaren Möglichkeiten eliminieren und müssen den Suchraum nur noch in dem übrigen Teil durchsuchen. Und so im Prinzip in dieser Art und Weise denkt man da, man versucht, während man vergeblich vielleicht nach einer Lösung sucht, gleichzeitig mehr darüber zu lernen, wo man überhaupt noch suchen muss und wo es sich nicht mehr lohnt. Das muss man freilich beweisen können, denn wenn die Antwort Nein sein sollte, dann kann man die erst geben, wenn man sich ganz sicher ist, dass es überhaupt keine Lösung gibt in keinem der Bereiche. Okay, also NP-Probleme, Suchprobleme. Und man kann das auch übertrieben, gerade wenn man das populärwissenschaftlich darstellen, übertreiben, also wenn man es populärwissenschaftlich darstellen möchte, dann kann man fragen, wie hier Zitat eines Herrn Witschersen, Can Creativity be automated? Also ich würde mal behaupten, menschliche Kreativität beschränkt sich nicht nur darauf, dass wir gut darin sind, so Dokus zu lösen. Vielleicht sind wir das nicht mal. Und wenn, dann nicht durch Kreativität. Also insofern ist das ein bisschen eine fragwürdige Überhöhung der ganzen Sache. Klar ist aber, dass es ein wichtiges Problem ist und dass es eigentlich seit Anfang der NP-Theorie, also seitdem die Klasse überhaupt eingeführt wurde, sie erinnern sich, ich gucke und andere, die also seit den 70ern das formal untersucht haben, ist es ein offenes Problem, ob das geht. Eigentlich schon viel früher, denn NP-Probleme sind den Informatikern schon davor untergekommen und schon damals haben sie verzweifelt versucht, polynomielle Lösungen für diese Probleme zu finden, ohne zu wissen, dass es da eine Komplexitätsklasse gibt, die diese vielen Probleme eint. Man hat einfach eine bestimmte Frage sich angeschaut und versucht, einen guten Algorithmus zu entdecken. Es ist damit eines der größten offenen Probleme der Informatik und auch der Mathematik in unserer Zeit. Und eines, was vielleicht ja noch eine Lösung erfährt, wenn wir Glück haben. Wer es löst, bekommt auch gleichzeitig ein Preisgeld von einer Million Dollar. Das war, als es in den 90ern ausgelobt wurde, als Millennium-Problem eine größere Menge Geld, als es heute ist. Wir hoffen mal, das Problem wird gelöst, solange das noch ein beträchtlicher Betrag ist. Ansonsten muss es vielleicht irgendwann mal aufgestockt werden. Es steigt sich aber auch sicherlich, wird die Lösung über viele Teilschritte gehen. Insofern ist es auch immer ein bisschen ungerecht, wenn dann derjenige oder diejenige am Ende dieser Erkenntniskette einen Preis erhält und die vielen Zwischenschritte dazwischen nicht. Aber na gut, so ist es. Das ist halt das große Ding hier. Gut, das ist also ein wichtiges Problem und Sie sollten in der Lage sein, zu erklären, worin das Problem eigentlich besteht. Oder es verstanden haben. Ich glaube, es gehört einfach dazu, wenn man Informatik studiert, dass man davon gehört hat und die Grundidee versteht. Was glauben wir also bezüglich dieser Frage? Wie gesagt, es gibt noch keine endgültige Lösung. Es gibt keinen mathematischen Beweis. Aber was viele Menschen glauben, ist natürlich tatsächlich, dass die beiden Klassen ungleich sind. Das heißt, dass die Inklusion von NP in P eben nicht gilt, sondern dass P eine echt kleinere Klasse ist als NP. Warum sollte das so sein? Naja, man muss leider sagen, das Hauptargument ist relativ schwach und liest sich etwa so, wenn die beiden gleich wären, dann müsste doch jemand inzwischen einen polynomiellen Algorithmus für ein NP-vollständiges Problem gefunden haben. Wir wissen, es gibt tausende solcher Probleme, die mit großer Energie untersucht worden sind. Auch von vielen Menschen, die nicht wussten, dass das ein schwieriges mathematisches Problem ist, das dem zugrunde liegt. Und die in vielerlei Arten darüber nachgedacht haben, ob man es nicht irgendwie lösen kann. Und keiner hat eine Lösung gefunden und keiner. Also scheinbar geht es einfach nicht. Okay. Dazu hat Moshe Wadi, ein berühmter theoretischer Informatiker, gesagt, Nun gut, das war in 2002. Vielleicht sind wir nicht mehr at the same beginning wie damals. Aber man kann durchaus sagen, dass auch heute die Möglichkeiten von Algorithmen nur etwas besser verstanden werden. Es gibt immer noch viele Fragen und wir arbeiten im Prinzip ja mit ähnlichen Techniken wie vor 20 Jahren. Es hat sich aber auch vieles in der Grundlagenforschung getan. Es gibt durchaus Fortschritte und insofern reift unser Verständnis. Aber es ist trotzdem sehr schwer zu behaupten, dass wir alle denkbaren algorithmischen Möglichkeiten schon betrachtet haben, wenn wir jetzt ein bestimmtes Problem lösen wollen. Ein weiterer Grund für die Meinung, dass P ungleich NP sein sollte, ist einfach, dass Menschen, also wir, es schwer finden, NP-Probleme zu lösen. Ja, Sudokus brauchen Zeit. Und wir können uns schwer vorstellen, wie man das vereinfachen sollte. Also es scheint einfach nicht möglich zu sein, das anders und systematischer anzugehen als das, was wir schon tun. Auch das ein nicht besonders schlaghaltiges Argument. Ein Zeilenberger hat es Human Chauvinistic Bravado genannt. Also die Tendenz von Menschen, Dinge, die sie selbst schwer finden, als allgemein prinzipiell schwer darzustellen, weil sie glauben eben, wenn es für uns mental kompliziert ist, dann ist es scheinbar inhärent schwierig, was natürlich eine besonders starke Grundlage hat. Es ist einfach nur so ein Gefühl, dass wir das irgendwie gut hinbekommen sollen. Es gibt noch andere, auch bessere Argumente, die technischer sind oder die zum Beispiel damit zu tun haben, zu untersuchen, was denn daraus folgt, wenn die eine oder andere Lösung für dieses Problem gefunden würde. Was wäre denn, wenn P gleich NP wäre? Was würde denn alles damit passieren? Und halten wir das für wahrscheinlich oder passieren da vielleicht auch seltsame Dinge, die wir auch an anderer Stelle nicht erwarten? Und genauso, was passiert, wenn P ungleich NP ist? Es stellt sich heraus, auch wenn P ungleich NP ist, wie es viele erwarten, passieren einige seltsame Dinge, die wir vielleicht nicht besonders intuitiv finden. Also auch da ist es schwer, Stichhaltigkeit daraus zu konstruieren. Es gibt natürlich auch kein stichhaltiges Vorgehen hier, sonst hätten wir es ja bewiesen. Okay, also es ist offen. Was könnte jetzt passieren, also auch in unseren Lebzeiten, wenn jemand das löst? Naja, es könnte gezeigt werden, dass die beiden ungleich sind, so wie wir es vielleicht erwarten. Aber es könnte auch passieren, dass die beiden gleich sind und dafür ein nicht konstruktiver Beweis gefunden wird. Was ist ein nicht konstruktiver Beweis? Naja, ein konstruktiver Beweis ist einer, der Ihnen zeigt, wie Sie das Ergebnis konkret erhalten. Also in unserem Fall, wenn ich zeigen würde, dass NP gleich P ist in einer konstruktiven Art und Weise, dann würde ich erwarten, dass mir dieser Beweis für jedes NP-Problem auch einen polynomialen Algorithmus liefert. Der Algorithmus wird als Teil des Beweises konstruiert und dann wird festgestellt, dass der tatsächlich funktioniert. Das wäre ein konstruktiver Beweis. Wäre super, dann könnten wir all diese schwierigen Probleme in polynomialer Zeit lösen. Man kann aber in der Mathematik viele Dinge auch nicht konstruktiv zeigen. Das heißt, man nimmt zum Beispiel an, dass sie falsch sind und führt das zum Widerspruch. Man sagt also, wenn P ungleich NP wäre, dann müsste das und das und das folgen und das kann nicht sein aus anderen mathematischen Gründen heraus. Ein solcher Beweis würde uns keinen Hinweis darauf geben, wie wir das implementieren. Er sagt nur, mathematisch folgt es, dass das gleich ist. Das wäre natürlich witzig und in gewisser Weise unbefriedigend. Wir wüssten, die Probleme sind einfacher, aber wir haben immer noch keine Ahnung, wie wir sie lösen. Sicherlich ganz originell. Es könnte natürlich auch sein, dass die Antwort selbst überhaupt nicht abgeleitet werden kann in der Mathematik, die wir normalerweise verwenden. Das ist etwas, was unvermeidbar ist. Das hat uns Kurt Gödel irgendwann gelehrt. Es gibt Behauptungen, von denen man mit einer gegebenen Mathematik, zum Beispiel der, die wir normalerweise verwenden, weder ableiten kann, dass sie wahr sind, noch dass sie falsch sind. Wenn es solche Behauptungen nicht gäbe, wäre unsere Mathematik widersprüchlich. Und da ist es geringere Übel, wenn manche Dinge unbestimmt sind. Wir wissen, einige Dinge sind unbestimmt. Die berühmte Kontinuumshypothese zum Beispiel. Es ist nicht zu erwarten unbedingt, dass das für p versus np gilt. Denn es ist eine sehr wichtige, auch praktisch wichtige Frage. Können wir diese ganzen schwierigen Probleme in poinomierer Zeit lösen? Wenn es sich herausstellen sollte, dass unsere Mathematik keine Antwort dafür parat hat, ob das nun möglich sein kann oder nicht. Also wenn wir beliebiges annehmen können und in jedem Fall eine konsistente Mathematik behalten, dann müssten wir uns fragen, ob unsere Mathematik überhaupt geeignet ist, die Informatik zu beschreiben. Oder ob wir die vielleicht grundsätzlich ändern sollten. Gut. Aber die Möglichkeit besteht. Es ist natürlich auch die wahrscheinliche Möglichkeit, dass die beiden ungleich sind. Aber selbst wenn sie ungleich sind, heißt das noch lange nicht, dass es keine besseren Algorithmen geben kann, zum Beispiel für SAT. Denn nur weil wir wissen, dass SAT nicht allgemein in poinomierer Zeit lösbar ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es tatsächlich notwendig ist, in manchen Fällen exponentiell viel Zeit zu brauchen, so wie unsere Algorithmen das jetzt tun. Es gibt ja noch eine ganze Menge Funktionen dazwischen. Es gibt viele superpolynomielle Funktionen, die nicht gleich exponentiell sind. Da ist einiges möglich und die Frage, was eigentlich die bestmögliche Lösung für SAT ist und für andere NP-Probleme, wäre dann vielleicht immer noch offen. Okay, also Sie sehen, es gibt eine Reihe nicht offensichtlicher, denkbarer Möglichkeiten, die auch eintreten könnten. Und die vielleicht zu neuen Fragen führen, ja, anstatt einfach nur alles zu lösen und abzuhaken. Und natürlich muss man auch die Möglichkeit einbeziehen, dass das Problem für immer ungelöst bleibt. Ja, es dauert einige Zeit, solche grundlegenden Probleme zu klären. Die Mathematik arbeitet nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten an vielen Stellen. Es gibt nicht viele Menschen, die die notwendigen Fähigkeiten haben, um wirklich Fortschritte zu machen in diesem Gebiet weltweit. Und ja, wer weiß, wie viele Jahre wir uns die Forschung auf diesem Grundlagengebiet in diesem Maße so noch leisten können. Wir haben auch andere Probleme, die wir global bewältigen müssen und mal sehen, was schneller ist, ja, ob wir NP versus P schneller lösen oder ob wir schneller wieder in irgendwelche existenziellen Probleme zurückfallen, wo das keine Frage ist, mit der wir uns noch beschäftigen wollen. Nichtsdestotrotz, die Menschen sind optimistisch und optimistischer, als sie manchmal fähig sind in der Mathematik. Und es gibt eine ganze Menge von Beweisen, in Anführungsstrichen, die also belegen, dass P gleich NP ist oder P ungleich NP ist oder dass beides gilt oder dass keines der beiden gilt. Da können Sie hier zum Beispiel auf der Webseite eine schöne Sammlung finden von veröffentlichten oder informell veröffentlichten Papieren, die also entweder bewusst oder unbewusst als in einem Nebensatz, ohne es überhaupt zu merken, die NP-Frage zu lösen vorgeben. Nichts davon hat bisher Bestand gehabt vor den kritischen Augen der Experten, die sich diese Beweise natürlich in den Fällen, wo sie wirklich vielversprechend scheinen, auch sehr im Detail anschauen. Es dauert allerdings auch eine Zeit, natürlich so etwas zu begutachten. Tatsächlich ist es so, dass einige der führenden Fachjournale in der Informatik besondere Regeln darüber haben, wie oft man pro Jahr einen Versuch des Beweises P versus NP einreichen darf. Also da gibt es so eine Art Sperre, wenn man das zu oft versucht, weil auch da die Last der Gutachter doch recht hoch ist, angesichts der vielen Versuche, die da zumindest zeitweilig unternommen worden sind. Gut, was können wir also wissen und was können wir überhaupt sagen zu dem Thema? Naja, wenn Sie, hört, irgendein Lehrbuch aufschlagen und über P versus NP lesen, dann finden Sie oft Formulierungen wie Most researcher think oder die meisten Experten sind der Meinung, dass die beiden unterschiedlich sind. Das ist also häufig dieser Konsens. Also kurz gesagt, wir wissen es zwar nicht, aber gehen Sie ruhig davon aus, dass es so ist, als Student können Sie das so annehmen. Die Experten glauben das eigentlich auch. Wir warten nur noch darauf, dass es endlich jemand beweist. Stimmt das überhaupt? Kann man das so sagen? Most researchers think that die beiden unterschiedlich sind. Ja, tatsächlich gab es dazu Umfragen und zwar unter den Teilnehmern von Forschungskonferenzen, die sich speziell mit Komplexitätstheorie beschäftigen, wo also tatsächlich sehr viele Experten und Expertinnen anzutreffen sind. Und diese Umfragen haben das zumindest teilweise bestätigt. Ich glaube, die letzte, die ich gefunden habe, war von 2012. Da wurden 150 Menschen befragt. Eben im Kontext einer solchen Konferenz, die methodische Ausrichtung dieses Experimentes ist natürlich begrenzt. Ja, es ist mehr anekdotisch, die Ergebnisse, die man hier hat. Tatsächlich 83 Prozent haben angegeben, dass sie glauben, die beiden Klassen sind ungleich. Immerhin 9 Prozent meinen, sie sind gleich. 4 Prozent wussten es nicht oder fanden, es sei ihnen egal. Einige glauben, es ist unabhängig von unserer Mathematik. Und einer meinte, I don't want it to be equal, was auch immer das heißt. Also Sie sehen, man kann durchaus behaupten, die meisten Experten, also auch Leute, die wirklich ihr Hauptaugenmerk in ihrer täglichen Forschung auf genau dieses Thema legen, sind schon der Meinung, dass das die Antwort sein wird. Aber ob das am Ende so ist, können wir daraus natürlich noch nicht ableiten. Experten haben sich auch schon früher geirrt. Es gab einige große Fragen in der Komplexitätstheorie und nicht alle wurden so geklärt, wie man das einige Jahre lang, auch jahrzehntelang vielleicht erst gedacht hat. Okay, also das ist die Situation, wie wir sie heute rund um p versus np vorfinden. Wenn jetzt jemand plötzlich herausfinden sollte, dass die beiden Klassen gleich sind und vielleicht sogar noch konstruktive Beweise dafür findet, das könnte natürlich potenziell auch disruptiv sein, wie man heute so schön sagt. Also einiges auf den Kopf stellen, was wir heute verwenden. Zum Beispiel Kryptografie basiert auf Algorithmen und Ideen, die davon ausgehen, dass bestimmte Rechenoperationen zu aufwendig sind, um sie praktisch durchzuführen. Insbesondere die Public-Key-Kryptografie ist von dieser Art. Allerdings muss man sagen, die Operationen, die wir da verwenden, sind nicht einmal bekanntermaßen np vollständig. Das heißt also, da kann man vielleicht sogar mit einem schwächeren Ergebnis was klären. Und dann ist es natürlich auch so, dass auch wenn p gleich np ist, es noch lange nicht bedeutet, dass das der Algorithmus, den der Beweis uns konstruieren würde, in irgendeiner Weise nur annähernd praktikabel ist. Also er kann durchaus ein Polynom von so hohem Grad erzeugen, dass wir auch nicht besser dastehen als zuvor. Also das bleibt abzuwarten, wenn dieser unwahrscheinliche Fall eintritt. Zudem käme natürlich hinzu, dass es immer noch weiter oben liegende Klassen mit schweren Problemen gibt, die man auch für kryptografische Anwendungen nutzen kann. Insofern würde wahrscheinlich nicht unsere gesamte weltweite Kommunikation auf einen Schlag zusammenbrechen. Aber man sieht, dass es natürlich auch ein gewisses Interesse gibt, auch durchaus im Geheimen an dieser Frage zu forschen. Denn gerade alle Organisationen, die gerne die digitale Kommunikation abhören wollen, wären natürlich in großem Vorteil, wenn sie eine Möglichkeit hätten, solche schweren Probleme schneller zu lösen. Gut, aber im Prinzip wäre jeder da in einem riesigen Vorteil. Okay, das soll es gewesen sein. Kleiner, großteils nicht technischer Ausflug in die große Frage der Informatik. Damit sind wir am Ende dieser Vorlesung, auch fast am Ende dieser Playlist. Ich werde Ihnen noch einmal alles, was wir besprochen haben, versuchen, in ein bisschen Kontext zu bringen und zusammenzufassen und auch noch mal ein bisschen Ausblicke zu geben nach vorne, was denn vielleicht noch in zukünftigen Kursen und in anderen Vorlesungen auf Sie wartet, wenn Sie sich hier vertiefen wollen. Und dann heißt es für einige von Ihnen vielleicht Prüfung. Und da werden wir bestimmt auch noch mal Konsultationen haben und Sie Gelegenheit haben, auch noch mal Fragen loszuwerden. Dann also erst mal bis zum nächsten Video in der Zusammenfassung. Und bis bald. Tschüss und auf Wiedersehen.